Jö Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Barface Summit Futur, wieder mal. Wir sind wieder dabei. Und wir haben was Neues, wir sind ja richtig aufgestiegen, wir sind jetzt im Profi-Bereich. Naja, Summit Futur ist auch im Profi-Bereich. Der Feind erobert unsere strategische Stellung. Der Feind erobert unsere strategische Stellung. Oh, fuck. Markus, passt auf. Der Feind erobert unsere strategische Stellung. Komm an, Team. Willst du? Ich kann mich selber um die Gegend, oder? Ja. Gib mir Punkte. Ich bin Punkte vermisst. Und kippt Achievement. Fack. Ich muss aber aufpassen, wenn wir hier hochkommen. Die Position hier oben ist eine richtige OP, wo wir hier haben. Ja, irgendwie schon. Also deswegen sind wir hier oben. Ist schon auch keiner, was? Das ist ja lustig. Dass ich auch gern hier oben bin. Bisschen Camping, aber sonst muss man hier beim Sturm. Was? Das geht ja drum. Ah, 5 geht schon. Ja, ich hab mir aber das noch einer. Ich hab 5, 4 gehen. Ich komm noch nicht hoch. Ach du Scheiße, Aua. Habe ich mir gekriegt. Nein, jetzt kommt unser ganzes Team herauf. Die Jakob, ey. Die ist noch behindert. Ich sag wahrscheinlich, dass sie... Ja, aber die können ja auch alle nicht da hoch. Das ist unsere strategische Stellung. Boah, da einer ist. Hast du ihn? Ne, ich hab ihn fast gekriegt. Ah, jetzt bin ich toll. Das ist jetzt direkt am Punkt. Unser Team so blöd ist. Wir können doch keine Funktion. Man, ich kann doch keine Funktion. hier oben drauf setzen. Wir haben den Kommandoposten verloren. Rüstluck. Wir haben den Kommandoposten verloren. Rüstluck. Sieht euch zur zweiten Stellung zurück. Ihr wüsst mich schützen. Okay, ist schon gekämmt, ja. Heißt, Dreck. Jetzt möchte ich mich zurückziehen, glaube ich. Ja. Ganz nach Hause, ja. Oh, Sicke ist jetzt. Ja, ich sehe, du bist gut. Also hast Glück. Ja. Ja. Ja, ich hab zu viel Glück gerade. Feinde im Annahme. Schützt die strategischen Stellungen um jeden Breit. Oh, Mann. Ah, Mann. Bleib ich gut. So. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, wie man es nicht hinlegt. Äh, mit, äh, Z. Also auf Standard. Wer legt denn das auf Z? Ja, keine Ahnung. Ist das nicht missgeboten oder so. Ich hab auf Y mich hinlegt. Ja eben. Das ist besser. Achtung. Boah. Ich hab dein Leben gerade gerettet, ne? Dankeschön. Oh. Da wusste. Da war ne Claymore. Das hab ich mir gerade mal kapiert. Aber ich glaube, das kriegen wir gehalten. Daniel. Jetzt hält sie doch uns. Weg. Lockiert er mich, der Arsch. Ah. Was ist da? Ich hab jetzt von dir. Von rechts von einem. Von dir. Von deiner Seite. Über mich. Ab ihn. Ab ihn. Ab ihn. Ab ihn. Ein Stück. Da. Ab ihn. Ah, jetzt geh ich aber wieder ab hier. Ah. Ah. Ah, das ist... Guter. Echt. Ein Stück. Ach, das ist auch gestirb. Alles. kriege ich habe jetzt mal geht derzeit erobert unsere strategische stellung immer nach dem punkt 3 1 habe ich na es hat noch nicht Der Nächste BAM BAM Woll, da oben haben sie wirklich Oh Scheiße, wir sind Gas hier Der Feind erobert unsere strategische Stellung Ja Hoffen wirßen, hoffen wirßen Hoffen wirßen, hoffen wirßen, hoffen wirßen Der Feind hat eine weitere Stellung erobert Die Feinde bleibt uns Verteidigt sie um jeden Tag Zieht euch zur letzten Strategischen Stellung zurück Jetzt stürmeln wir, ne? Jetzt habe ich gestürmt, ey Zwei Küsschen, drei Küsschen Was ist denn VKD? Marcos? Ich hab 13-3 1 in 3? Gut, das kann man lassen Das kann man nicht Ja, das ist nicht ganz so verkehrt Ich habe eine 12-9 Ich glaube irgendwie links hinter dir oder so Verteidigt die letzte Ohja 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 Da ist einer beim Punkt Nein, bin tot Schnell Da ist ein Flug Leute 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 Bei dieser Punkt ist es sehr Ja Die Schwester zu verteidigen Hinter uns, hinter uns, hinter uns Haben wir ihn? Ja, der haben wir geil Der liegt so eine Claimor Und ich schieße auf ihn so Was mache ich? Ich schieße auf die Claimor Und das schieße ich Das ist halt eigene Das ist richtig geil einfach Wir haben jetzt auch einen Abstreit hinter uns Rechts Links irgendwo halt immer steht Das ist halt rechts Das ist halt rechts Das Haus da 1 1 3 Äh vom Haus Vom Haus rechts kommt der Jetzt kommt 2 oder so Ich bin tot Granate Hat bei ihm verletzt Ab innen Einen hab ich Ah hallo Was? Oh Ficker ey Machen wir doch beim Alarm Der Feind erobert unsere strategische Stellung Der Wind Der Wind Der Wind Ich bin nicht angemeldet Ich bin nicht angemeldet Deswegen Komm es trotzdem Fack, Fack, Fack Nein Der Wind Der Wind Boah da war ne Claimor Nein Scheiße breit Aber weißt du was Der Feind erobert unsere strategische Stellung Die sind manchmal so schwer gepankt Da kannst du magazineweise reinjagen Gehen sie nicht drauf Wenn du so ein Ding hast Kaust du hier neue Sachen Dann kannst du hier so schwer Pankern drauf Dann kriegst du sie nicht tot Ich bin hier auch Pankern drauf Ich hab mehr gekriegt Weil ich ja in das neue Ding Aufgetrieben bin Für den Tage habe ich doch jetzt das Premium Ding dann Ich weiß nicht mehr Punkte Warum Der Feind erobert unsere strategische Stellung Der Feind erobert unsere strategische Stellung Der Feind erobert unsere strategische Stellung Boah ich töte der mich Ich hab ne Granate gepflegt Ich hab ne Granate gepflegt Gegner Nice Ich hab ne noch gesehen die Claimor Ich hab ne noch gesehen die Claimor Aber es gibt jetzt richtig Punkte Alle wieder nach links stehen so wie die malucken Das gibt es nicht von vorne kommen sie Der Feind erobert unsere strategische Stellung 20 Punkt Ja 50 Sekunden noch Alter Junge Heli am Seober Die kommen jetzt rein Der Feind erobert unsere strategische Stellung Der Feind erobert unsere strategische Stellung Zwei noch einer Boah dann ist zwei Ja noch zwei wir kriegen das ding gehalten ist alle in den punkt aber es ist ja es ist zu erobern finde ich gut alle 4.000 punkte noch weiter da kommt einfach ja genau aber heute auf runde beginnt bringt das feindliche gebiet unter eure kontrolle teamplay 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 eine gering dass wir es gleich durchmachen hier jetzt kommt ihr auf das schmale brett wieder ja das ist die schlimmste stelle da kommt einer wir erobern eine stellung das war meine ich bin tot hochziehen kannst du nicht mehr da muss man runter ah kommt da ich komme da ich komme da ich weiß nicht war nicht habe ich gerecht hat mir aus gut wie alles weggeballert also oben ist ich habe ich muss hier vorne decken ich weiß nicht sonst kommen sie hoch weißt du soll ich bin oben ja kommen wir zu dir ja greif du an ich decke hier oben an dass keiner reinkommt ja mach du halt du den weg für die leute frei oh mein gott der hat mich alter zwei schießen gib mich mit dem tod und der andere hoch alter mutterfucker will ja gerne soll ich das besser machen der wixer wo der ist gut macht das bricht doch nichts eben ich habe jetzt zwei weggemacht er müsste eigentlich die durchlaufen können schade schade wer so oder 鸣 ach du scheiße Oh mein Gott, diese Huren Sonne.